...Tunde und DJ Krebs! Ich freue mich ganz besonders, jetzt auch die nächste Rednerin ankündigen zu dürfen. Das ist Ayşe Demir vom türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Huschgelden Ayşe! Ja, liebe Freunde und Freunde, liebe Berlinern und Berliner, auch von mir einen herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Insbesondere in einer Zeit, in der rassistische Gewalt Hochkonjunktur hat, ist es mehr als notwendig, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus, gegen soziale Ausgrenzung, gegen Hass, gegen Hetze und damit ein Zeichen für eine weltoffene, vielfältige, solidarische Gesellschaft. Ja, im gesamten Bundesgebiet ist die rassistische Gewalt drastisch gestiegen, worüber wir uns nicht wundern sollten. Wir haben jahrelang Alltagsrassismus und Rechtspopulismus verharmlost. Wir haben uns meines Erachtens viel zu lange zurückgelehnt und zugeschaut, wie die Rechten und der Rechtsruck immer stärker wurden, wofür AfD und Co. verantwortlich sind, aber auch Politiker anderer Parteien mit verantwortlich sind, indem sich AfD-Strategien zu den Themen Migration, Geflüchtete, Islam kopieren und damit die AfD und den Rechtsruck stärken. Wir haben viel zu lange rechtspopulistischen Aussagen von Politikern Raum gegeben, sie nicht gestoppt und nicht die Gefahr erkannt, dass Rechtspopulismus den Nährboden für rassistische Gewalt bereitet. Und wir haben viel zu lange gedacht, dass wir aus unserer Vergangenheit gelernt haben, dass das, was in der Nazizeit passiert ist, sich nicht wiederholen wird. Aber Fakt ist, dass 73 Jahre nach der Zeit des Nationalsozialismus Rassismus in unserem Land wieder parlamentsfähig geworden ist. Fakt ist, dass wir 73 Jahre nach der Zeit des Nationalsozialismus erkennen müssen, dass die Nazi-Aufarbeitung sowohl gesellschaftlich als auch strukturell nur unzureichend stattgefunden hat. Stichwort NSU. Und Fakt ist, dass 73 Jahre nach der Zeit des Nationalsozialismus wieder offen Hitlergrüße gezeigt werden, dass Rassisten ungehemmt und offen ihre rassistische, ihre menschenverachtende Gesinnung zur Schau stellen. Sie tun es, weil wir uns dank AfD an die rassistischen Sprüche gewöhnt haben und der gesellschaftliche Aufschrei ausbleibt. Sie tun es, weil sie keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Es bleibt auch ohne rechtliche Konsequenzen, wenn AfD-Politiker andere Politiker als Rollstuhlfahrer oder Afrikaner bezeichnen, eine Politikerin in Anatolien entsorgen wollen, im Bundestag von der entarteten doppelten Staatsbürgerschaftssträgerchen, Gastarbeiter als Gesindel bezeichnen. All diese Sprüche werden als Meinungsfreiheit abgetan. Doch Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist ein Verbrechen, wie die ehemalige Bürgermeisterin von Straßburg, Katrin Traut, mal gesagt hat. Und nun haben wir die mehr als besorgniserregende Situation, dass tagtäglich Menschen, die nicht deutsch genug aussehen oder einer angeblichen deutschen Norm entsprechen, angegriffen werden. Und das Erschreckende daran ist, dass dies fast zum akzeptierten Alltag geworden ist. Doch spätestens die Ereignisse in Chemnitz müssen uns endlich aufgerüttelt haben und gezeigt haben, dass wir nicht mehr die Situation während den Anfängen haben, sondern dass wir mittendrin sind. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, liebe Leute, es ist fünf nach zwölf. Und deshalb ist es notwendig, dass wir als zivilgesellschaftliche Akteure nun alle Kräfte mobilisieren und gemeinsam gegen den Rechtsgruppen und gegen den Abbau von Menschenrechten in unserer Gesellschaft wirken. Menschenrechte stehen niemals zur Disposition, erst recht nicht in Zeiten, in denen Menschen vor Krieg, Terror, Verfolgung fliehen und bei uns schützen. Liebe Freunde und Freunde, nur durch den Druck der Zivilgesellschaft haben wir eine Chance, gegen den immer stärker werdenden Rechtsdruck zu wirken. Und dabei reicht es auch nicht aus, sich immer zu bestimmten Anlässen zu finden. Wir müssen an jedem Ort, zu jeder Zeit gegen jegliche Form von Rassismus wirken. Wir müssen zu jeder Zeit, an jedem Ort uns für ein gleichberechtigtes, vielfältiges, offenes, weltoffenes Miteinander einsetzen. Wir müssen an jedem Ort, zu jeder Zeit zeigen, dass wir mit allen unseren unterschiedlichsten kulturellen, religiösen Herkünften unteilbar sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.